Völlig neu ist in Wings Patinum 5 die Audio Ducking Funktion. Diese Ducking Funktion ermöglicht mir den Pegel während des Vortrags abzusenken. Ich wechsle in die Optionen unter Extras, Optionen und bei den Projektoptionen unter der Registerkarte Audio versteckt sich die Ducking Funktion. Dieses Häkchen bei Ducking per Taste B ermöglichen sitzt standardmäßig. Hier kann ich entscheiden um wieviel dB der Pegel abgesenkt werden soll und wie rasch diese Absenkung vor sich geht bzw. wie schnell der Pegel wieder erhöht wird nach nochmaligem drücken der Taste B. Ich starte die Präsentation. Drücke die Taste B. Diese grünen Pfeile signalisieren mir, dass die Audio Ducking Funktion im Moment aktiviert ist. Ich drücke wieder die Taste B und der Pegel wechselt zurück auf den Normalwert. Wenn ich einen Stumpfel Präsenter verwende, ist die Taste B mit der schwarzen Taste auf der Fernbedienung verknüpft. Klingel